Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich mal wieder total in Form und hier meine ganzen, ich weiß gar nicht wie viele sind, 23 Kumpels, 22 Kumpels? Ich glaube 23. Wir sind alle in Form und ja, ich hatte euch ja das Silberne Team auch schon vorgestellt. Großes Manko, kein Kumbela von Braunschweig dabei. Unglaublich EA. Kann ich nicht verstehen, ne? Torschützenkönig quasi und hat Hattrick geschossen, zwei Tore mit Vorlage und allen Kram, niemals in Form gewesen. und nicht mal im Team of the Season bedacht. Schämt euch. Gut, jetzt kommen wir zum Team. Ich gucke mal kurz durch hier mit euch. Die Silberspieler werden wahrscheinlich die meisten auch nicht so interessieren wie die Goldspieler. Die Goldspieler habe ich deswegen auch zuerst hochgeladen und ich hasse Skype. Fangen wir an. Also, Suriano ist dabei. 75 Geschwindigkeit, 77 Schuss, 75 Dribbeln und 72 Kopfball von Red Bull. Und dann haben wir hier den Pelé. Der hat 60 Geschwindigkeit, 75 Schuss oder noch 87 Kopfball. Das ist natürlich ein herausragender Wert für einen Silberspieler. Dann kommen wir hier schon zum Kruse. Kruse 78 Geschwindigkeit, 78 Schuss, 77 Pass, 79 Dribbeln, 69 Kopfball. Der wird wahrscheinlich auch sehr begehrt werden. Und wenn wir schon mal in der Bundesliga sind, dann rutsche ich gleich mal einen runter. Da ist nämlich der Rode. Der hat 77 Geschwindigkeit, 65 Schuss, 75 Pass, 77 Dribbeln, 76 Verteidigung und 75 Kopfball. Auf der rechten Seite haben wir hier, ja, wenn ich mal wissen würde, wie der Kollege heißt, Deulofö, wie auch immer. Auf jeden Fall scheint er sich gut zu entwickeln. Der hat 93 Geschwindigkeit, 75 Schuss, 61 Pass, 88 Dribbeln, 40 Verteidigung und 55 Kopfball. Ja, der Kollege wird bestimmt im nächsten FIFA ein Goldspieler werden, denke ich mal. Und dann haben wir hier auf der linken Seite, der eigentlich in rechts, naja, egal. Wie heißt der? Inis. 83 Geschwindigkeit, 74 Schuss, 72 Pass, 80 Dribbeln, 44 Verteidigung, 50 Kopfball. Dann kommen wir zum defensiven Mittelfeld. Da haben wir Schneierlin mit 67 Geschwindigkeit, 62 Schuss, 76 Pass, 79 Dribbeln, 75 Verteidigung und 68 Kopfball. Ja, den Rode hatten wir schon. Dann kommen wir zur Verteidigung. Linker Verteidiger, Holbass, hat 90 Geschwindigkeit, 70 Schuss, 73 Pass, 74 Dribbeln, 75 Verteidigung und 79 Kopfball. Der wird wahrscheinlich auch einiges wert sein. Er ist schnell, er kann passen, wenn es auch nicht sehr super Pass ist, aber für einen Silberspieler ist es schon ein guter Pass. Und dann haben wir in der Innenverteidigung den Besler mit 66 Geschwindigkeit, 43 Schuss, 56 Pass, 45 Dribbeln, 78 Verteidigung und 75 Kopfball. Als zweiten Innenverteidiger haben wir hier noch einen polnischen Kollegen, der heißt Wollakiewicz wahrscheinlich oder so ähnlich. 79 Geschwindigkeit, 45 Schuss, 69 Pass, 53 Dribbeln, 76 Verteidigung und 72 Kopfball. Das sind auch super Werte, vor allen Dingen 79 für einen Innenverteidiger. Das ist eine ordentliche Geschwindigkeit, das kriegen die meisten Goldspieler nicht mehr hin. Und 76 Verteidigung ist auch ein schöner Wert für einen Silberspieler. Kommen wir zum Goalkeeper, das ist Agassar, hat 83 Hechten, 84 Handling, dann noch 80 Reflexe. Das sind auch gute Werte für einen Silberspieler, wird bestimmt auch einiges kosten. So, jetzt kommen wir zur Bank. Da haben wir hier den Kovic-Torwart, 71 Hechten, 72 Reflexe, 71 Handling, 68 Positionen. Innenverteidiger hier nochmal. Terra Nova, 73 Geschwindigkeit, 75 Verteidigung, auch gute Werte für einen Silberspieler. 77 Kopfball hat er noch. Dann haben wir hier, wie heißt der, Coke, Coke, wie auch immer. 72 Geschwindigkeit, 74 Dribbeln, 81 Pass, das ist ein Hammerwert für einen Silberspieler. 67 Kopfball hat er noch. Dann haben wir hier zu Commons, der ist eh einigermaßen gut zum Handeln. Kann ich den empfehlen, ich weiß gar nicht. Ich glaube in letzter Zeit ist er nicht mehr so gut, aber eine Zeit lang lief der immer mal so für 2000. Ja, jetzt haben wir hier 76 Geschwindigkeit, 81 Dribbeln, 80 Schuss, 76 Pass, offensiver Mittelfeldspieler. Super Werte für einen Silberspieler. Wird sicherlich einiges kosten. Dann haben wir hier auf dem linken Flügel, Le Kun Ho, glaube ich. Jawohl. Der ist auch relativ schnell unterwegs. 73 Geschwindigkeit, 77 Dribbeln, dann noch 70 Passen, 74 Kopfball und 67 Schuss. Dann haben wir hier auf dem rechten Flügel, Gonzales, 89 Geschwindigkeit, auch ein kleiner Hase hier, 74 Dribbeln, 78 Schuss, 71 Passen und 72 Kopfball. Hase mache ich natürlich von der Geschwindigkeit. So, hier, wer ist das? Oh, Aljadea. Aljadea, ja, so nennen wir ihn einfach. 85 Geschwindigkeit, 75 Schuss, 68 Kopfball, 77 Dribbeln für einen Silbernen in Form. Das sind super Werte. Und das Franzose, ja, da wird bestimmt auch einiges gehen. Dann haben wir hier Gaynor, linker Verteidiger, 84 Geschwindigkeit, hat 60 Passen, 58 Schuss. Ja, er ist schnell, aber die anderen Werte sind nicht der Oberhammer. Aber es ist ein Bronzespieler, darf man nicht vergessen. Dann haben wir hier Sacchione, der hat 74 Geschwindigkeit, 70 Dribbeln, 70 Schuss, 63 Passen, ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Dann haben wir hier Magoma, linkes Mittelfeld, 79 Geschwindigkeit, 65 Dribbeln, 65 Schuss, 65 Pass. Ja, für einen Bronzespieler sind die Werte auch okay. Die Geschwindigkeit ist zwar hier wahrscheinlich das Ausschlaggebende, obwohl auf dem linken Flügel gibt es sicherlich schnellere. Und Schuss und Passen sind auch nicht die Oberwerte, aber schon ordentlich. Gut, dann haben wir hier Madden, gewechselt vom American Football, natürlich nicht. 80 Geschwindigkeit, 65 Schuss, 60 Kopfball. Und zum Schluss haben wir hier noch Griffiths, der hat 85 Geschwindigkeit, 72 Schuss, 70 Dribbeln und 85 Kopfball. Ja, Freunde, wenn ihr mal sowieso irgendwie ein Pack aufmachen wollt, tut euch keinen Zwang an. Hier sind eine Menge Silberspieler dabei. Also, ich würde mehr auf Silber als auf Bronze gehen. Bronze sind hier 5 Spieler dabei. Silber sind einige mehr. Und die Silberpacks kosten ja auch nicht die Welt. Und da gibt es auch immer mal wieder Spieler, die einigermaßen was wert sind. Und ja, wenn ihr Packs zieht, wünsche ich euch viel Glück. Ansonsten viel Erfolg beim Handeln und sage Tschüss und bis bald.